Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für die einen ist Mode Musik und für die anderen ist Musik immer Mode. Viele Gemeinsamkeiten also. Auf alle Fälle leben beide von den aktuellen Hits. Ja, und solche aktuelle Hits, Mode-Hits, finden Sie gerade jetzt wieder in Ihrem Coop-Warenhaus. Dort warten die aktuelle Herbst- und Wintermoden auf Sie. Schauen wir doch gleich ein bisschen rein. I wish I had a home. I wish I had a place to run to. I wish I knew a heart to put my loving in. Here I am now still in the night. Another day comes in the sight. One last use to smile in your eyes. If no one talks, no one lies. If no one talks, no one lies. I wish I had a home. Alle dieser Mode-Hits aus der neuesten Herbst- und Winterkollektion werden Sie wieder begegnen bei einem Besuch in Ihrem Coop-Warenhaus. Wo Sie auch mitmachen können an einen spannenden Wettbewerb und an einer grossen Verlosung. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel Schallplatten und Kassetten, Walkman und Radios, ein komplettes Sanjorek, einen CD-Plattenspieler und so weiter. Gewinnen können Sie aber auch eine von der brandneuen Dynasties Weissquart sauren. Es gibt sie sechs Modefarben im unkonventionellen Design. Und wer kein Glück hat, bei Coop kann man es jetzt übrigens auch kaufen. So, jetzt wollen wir Ihnen aber noch zeigen, wo das alles stattfindet. Es ist der Sankt Annahof in Zürich, Burg Biel, Pfauhe Basel, Kieburg Thun, Rifflihof Bern, Stabhof Liestl und in den Sittivarenhäuser von Friburg, Grenken, Olten, Schaffhausen und Winterthur. So, das wäre es gewesen für heute. Wir bedanken für das Zulagen und wünschen noch einen schönen Abend. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. In allen Coop-Warenhäusern gibt es jetzt modische, deckstark Kinderkleider zu besonders günstigen Preisen. In allen Coop-Do-it-yourself-Läden gibt es jetzt den Motorrasenmäher Garda mit Viertaktmotor und 3,5 PS für nur 299 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Vorzugsbutter 100 Gramm statt 1,70 für nur 1,45 und 200 Gramm statt 3,35 für nur 2,85. Jeden Tag frische Weckli, vier Stücke statt 1,80 jetzt nur 1,35. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag eine Himbeerroulade statt 3,20 nur 2,50. Italienische Reginatrauben 1,50 und vier Kilo nur 5,60. Auf Wiedersehen!